So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück. Boten des Wurms, Teil 1. Ohne 2-8. Schon wieder die Karte. Von mir aus. Von einer Lösung. Ich, wir haben bei seiner Forschung geholfen. Er glaubt, er hat einen Durchbruch erlangt. Warum wissen wir nicht davon? Er ist oben auf dem Finlay anwesen. Jungs. Tut mir leid, aber es musste geheim bleiben. Ich wollte keine falschen Hoffnungen wecken. Und ich wollte sein Leben nicht riskieren. Falls andere sie vom Wissen fahren und die Formel verlangen. Mit sie, brieft euch in der Kirche. Ich kann euch nicht sagen, wie wichtig das ist. Der Mann ist unsere größte Hoffnung, den Kante zu gewinnen und die Effizien abzuordnen. Bleib mir nur bereit, du Arsman. Was meinst du denn damit? Nichts. Ren wusste. Ren ist gut. Oh, schau. Nichts vergessen. Also der Ogre ist bald hier. Und ich bin immer definitiv weg. Ogre ist im Arsch. Es wird langsam echt egelhaft gemeldet. Wo ist Muni? Vielen, vielen Dank. So, Jungs sitzen. Ich will nicht nur weiter gucken. Kein dem Arsch. Kein dem Arsch. So. Haben wir jemanden verloren? Nein. Alles im grünen Bereich. Danke dem Licht. Was ist das? Was ist das? Naja. Die Hoh 30 Schuss, die ist definitiv besser. Ah, besser als nichts. No. Wo? 35 Schluss? Hm. Schon seltsam, dass man da dreimal dieselbe Map machen muss, ne? oder vier mull, also... Gehen wir mal weiter. Ach, das müssen wir die Hände durch. Ok. Entziehen kann, ist er. Es ist immer wieder dasselbe, nur dass man immer wieder ein bisschen anders da laufen muss. Das reicht. Ich muss nicht. Vorsicht, springe! Habt ihr Infos? Auf Deckung! Das ist nütz. Nimm ja! Bei dem Getöse, das da abgeht, kommen bald alle Infizierten in der Gegend heraus. Jetzt kommt die Armee des Teufels! Ach, die Scheiße! Ach, die Scheiße! Jetzt müssen wir gucken, was wir überhaupt machen müssen. Nämlich, danke! Nämlich, danke! Vielen, vielen Dank! Seht ihr es? Erstmal müssen wir da hier rum. Was ist das? Magazine prüfen. Sie kommen wieder. Bewegung! Sie kommen wieder. Den habe ich. Nun kein Stress hier. Ich glaube, wir sind schon durch. Jungs. Wieder so ein kurzer. Zwei Strich! Seit wann dürfen wir die in der Schutzbank? Egal. Zwei Strich Acht ist durch. Wow! Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Zwei Strich Neun. Kommt als nächstes. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschö mit Ö. Ciao mit Vau. Und... Grüßt mir die Hühner!